Ja, jetzt können wir hier quasi vergleichen, ausgehend von der Plot-Vorschau, was noch fehlt. Und da sehe ich, dass hier der Schnitt West noch unvollständig ist. Da fehlt noch einiges. Und der Grundriss ist schon mal fertig, da brauchen wir nichts mehr dran machen. Und jetzt würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie zunächst alle Schnitte fertig zeichnen und danach die Ansichten. Weil die Ansichten, wie man sieht, da fehlt auch noch einiges. Da müssen noch Schrafungen gemacht werden, zum Teil noch ein paar Elemente ergänzt werden und so weiter. Ich werde Ihnen zunächst zeigen, wie das geht, wie Sie sowas machen können. Ich fange an mit dem Schnitt West, also mit dem hier oben. Dazu wechsle ich jetzt, verlasse ich das in die Plot-Vorschau mit Escape oder hier mit dem Kreuz, kommen Sie wieder raus. Jetzt bin ich wieder in meinem normalen Layout-Bereich und von dem wechsle ich in den Modellbereich. Hier. Im Modellbereich wird normalerweise gezeichnet. Wie man solche Layouts erzeugt und so weiter, machen wir das nächste Mal. Hier sind die quasi jetzt schon mal vorhanden. So, jetzt sehe ich hier oben, oder ich sehe jetzt hier im Modellbereich, dass ich jetzt hier so meine Grundriss habe und meine Schnitte. Und das ist natürlich zum Arbeiten momentan nicht allzu schön. Deswegen gehe ich jetzt hier oben auf Open, klicke drauf. Dann geht hier so ein Menü auf und dann kann ich hier benutzt und wieder die Modellansichten einblenden. Die finden Sie auch unter Ansicht. Hier können Sie die auch aktivieren. Und da sehen wir jetzt hier, ich möchte im Schnitt West arbeiten. Also schalte ich jetzt hier auf Schnitt West um. Was macht die Ansicht? Die dreht quasi meinen Modellbereich ein. Ja, schalte die Layer an und aus, die ich brauche, um im Schnitt West zu arbeiten. Und wenn wir jetzt da mal ranzoomen, ist der Schnitt West quasi oben. Das sehen wir jetzt hier an unserem, ja, ist das Gizmo. Und das Konadensystem ist auch entsprechend angepasst. Ja, das X ist immer noch horizontal und Y ist vertikal. Und wenn wir jetzt den Schnitt West fertigzeichnen wollten, dann merken wir uns, in der digitalen Welt soll man immer alles nur einmal tun. Und es fehlen zum Beispiel noch die Fundamente und das Dach. Und allerdings gibt es hier drüben auch den Schnitt Ost auf der Gegenseite. Und die beiden teilen sich eine Schnittachse, das sieht man hier, also Schnitt West, das ist die Schnittachse von beiden. Schnitt West bedeutet, ich schaue nach Westen und Schnitt Ost bedeutet, ich schaue nach Osten. Und da empfiehlt es sich natürlich, dass man sagt, okay, ich hole mir aus dem Schnitt Ost das rüber, was der Schnitt West noch nicht hat. Ich zeichne eigentlich alles Neues, sondern kopiere mir das einfach, beziehungsweise spiegle mir das einfach aus meinem Schnitt Ost rüber. Und das werde ich jetzt mal kurz demonstrieren. Zuvor, damit ich in meinen Schnitten arbeiten kann, muss ich erstmal alle Leer entsperren. Wenn ich mit der Maus so drüber fahre, sehen Sie das, da kommt immer dieses Schloss-Symbol, weil meine Leer gesperrt sind. Das mache ich im Leer-Manager, gehe jetzt hier rein, gehe jetzt hier auf meine Schnittfilter, dann rechte Maustaste, Sperre, Sperre aufheben. Damit habe ich komplett meine Leer für die Schnitte quasi freigegeben, zum Ändern. Gehe jetzt hier raus und möchte im Prinzip jetzt hier die Fundamente mir rüber kopieren und hier den Dachaufbau aufpassen. Das nicht. Warum? Das gibt es hier oben schon. Damit ich es nicht doppelt habe. Ja, wie mache ich das? Ich wähle jetzt einfach hier über das Kreuzen, also rechts unten nach links oben, hier meine Dachaufbau aus, inklusive der gesamten Schraffor. Einmal. Und hier unten noch die Fundamente, die mache ich einzeln, damit ich diese Linie näher erwische hier. So. Und Sie können mal, vielleicht noch ein kleiner Trick, ein Hilfsmittel, das tun wir nochmal einschalten. Und zwar ist das die, hier, dieses Ding einschalten, Schnelleigenschaften. Das können wir mal einschalten, das hat nämlich den Vorteil, wenn wir das aktiv haben. Und ich wähle das hier aus, dann gehen die an, sehen Sie, da sehen Sie hier, ich habe drei Elemente ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier drunter gehe, dann sehe ich, ich habe eine Schraffor und zwei Polylinien. Ja, das kann ich jetzt hier noch hinzufügen, hier oben das, sagen wir mal quasi vier Elemente ausgewählt. Und insgesamt habe ich jetzt sechs Elemente ausgewählt. Ja, mit den Schnelleigenschaften. Und wenn Sie das erweitern, dann sehen Sie, was da drin ist, eine Schraffor und fünf Polylinien. Und jetzt möchte ich das Ganze quasi rüberspiegeln. Nachdem ich es ausgewählt habe, gehe ich auf Start, dann auf Spiegeln. Das ist dieser Befehl. Ich will nur erstmal zuschauen. Und jetzt fragt er mich, da ich es vorher schon ausgewählt habe, brauche ich jetzt nichts mehr auswählen. Normalerweise, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich das fragen, was wollen Sie spiegeln, da ich es vorher schon gemacht habe. Aber übrigt sich das. Jetzt will er wissen, wo der erste Punkt meiner Spiegelachse ist. Und damit die Fundamente und auch das Dach genau an die richtige Position hier oben kommen, muss ich genau die Mitte zwischen meinen beiden Spiegelschnittdarstellungen wählen. Wie komme ich zu der Mitte? Ganz einfach, ich gehe jetzt hier auf Steuerung, rechte Maustaste, Mitte zwischen zwei Punkten. Sie erinnern sich vielleicht? Ich habe ja nirgendwo die Mitte. Ich muss sie ermitteln. Ja, aber ich habe keinen Mittelpunkt. Also, von was soll ich die Mitte hier wählen? Von dem Ding, das ist ja nicht genau mittig, der Grundriss. Also, das würde dann nur dann funktionieren, wenn ich jetzt hier ein Objekt hätte, was genau die Länge hat zwischen den Schnitten. Habe ich aber nichts. Ich muss in dem Fall auf Mitte zwischen zwei Punkten wählen und quasi hier mir zwei Punkte suchen, die in beiden Schnitten vorhanden sind. Objektfang noch einschalten. Das ist einmal die Ecke hier oben. Die gibt es hier oben. Und die gibt es hier unten. Wenn ich davon die Mitte nehme, dann bekomme ich im Prinzip genau die Mitte zwischen den beiden Schnitten. Jetzt aufpassen. Es machen viele den Fehler. Es fällt mir wieder auf, dass sie jetzt hier, wir haben zwar der Otto eingeschaltet. Mit Otto kann ich dann genau eine gerade Linie ziehen, weil die Spiegelachse ja zwei Punkte hat. Ja, die könnte ja auch so sein. Ja, immer zwei Punkte eingeben. Wenn ich Otto einschalte, dann ist quasi jetzt schon mal die Richtung vorgegeben. Aber vergessen Sie nicht, Objektfang hat immer Vorfahrt. Wenn ich jetzt hier Otto zwar eingeschaltet habe, aber jetzt hier drinnen klicke, dann fängt er mir die Punkte ein. Und in Wirklichkeit wäre es dann irgendwie, machen wir es wieder aus, würde ich dann sowas hier kriegen. Ja, als Spiegelachse. Deswegen muss ich hier Otto einschalten und ganz weit rausgehen, dass kein Objektfang mir die ganze Sache wieder versaut. Beziehungsweise ich kann Objektfang auch ausschalten. Mit F3 oder hier unten. Jetzt klicke ich das hier ab. Jetzt fragt er mich, soll das Spiegelobjekt gelöscht werden oder das hier unten? Sag ich nein. Und habe hier oben im Prinzip das schon mal fast fertig gemacht. Ja, es sind noch ein paar Kleinigkeiten, das zeige ich dann später. Wer das gemacht hat, macht dann bitte hier den Schnitt hier drüben weiter. Der nächste Schritt wäre jetzt das Zeug rüber zu kopieren. Überlege ich mir, was kann ich hier übernehmen. Aufpassen, hier sind die Schnittachsen versetzt. Da habe ich hier eine für den Schnitt und hier eine für den Schnitt. Die sind nicht mehr komplett identisch, so wie hier. Zum Moment muss man berücksichtigen. Aber ich kann trotzdem einiges kopieren. Zum Beispiel der Dachaufbau ist ähnlich. Den hole ich mal rüber. So, da haben wir schon mal den. Was haben wir noch? Dachaufbau haben wir. Dann können wir hier noch die Wände mitnehmen. Also diese hier. Und diese. Sonst das Fenster können wir noch mitnehmen. Haben wir jetzt alles? Ja, ich denke schon. Jetzt gehe ich auf Spiegeln. Mach das selbe Spiel. Wieder Steuerung, rechte Maustaste, Mitte zwischen zwei Punkten. Und nehme die Ecke zum Beispiel zwischen den beiden Fundamenten. Gehe nach hier oben. Löschen. Nein. Was ich mir irgendwie woanders klauen kann, möchte ich jetzt hier noch den Rest ergänzen. Ja, Sie sehen, in dem Schnitt fehlt hier noch das Tor. Ja, und da gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich kopiere mir das hier einfach von hier drüben. Hier ist ja schon eins. Ich markiere das also. Gehe dann auf Kopieren. Und kopiere das über den Objektfang von hier nach hier. Wenn ich das so gemacht habe, dann stimmt schon mal diese Seite. Ja. Diese Seite muss ich noch ergänzen. Und jetzt kann ich im Prinzip, wenn ich sauber gearbeitet habe, über ein Raster, kann ich es über das Raster machen. Ja, ich habe jetzt wieder das dynamische Block. Ich kann jetzt hier die Seite anfassen an dem Griff und kann jetzt hier über das Raster das so schieben, bis er einrastet. Ich mache den Objektfang aus und habe jetzt hier das Tor gemacht. Ja, das waren im Prinzip zwei, drei Mausklicks und das Tor ist drin. Wenn Sie über das Raster arbeiten, ich empfehle Ihnen immer, wenn Sie das etwas neu zeichnen, arbeiten Sie mit dem Raster. Das tut sich wesentlich leichter beim Design oder beim Erstellen der Zeichnung, aber auch später auf der Baustelle, weil Sie vernünftige Maße haben, die man leicht kontrollieren kann. Wenn Sie kein Raster haben, ich werde es nochmal demonstrieren, wie es auch ohne Raster ginge und machen das Raster aus mit F7 und F9. Ich meine, ich habe jetzt kein Raster, weil es nicht auf dem Raster ausgerichtet ist, dann können Sie das trotzdem machen über ein Objektfang. Ich klicke jetzt hier die Torseite an, das mache ich ja mal aus. Dann hier an dem Griff fasse ich es an und jetzt gehe ich auf Steuerung, rechte Maustaste, sage Punktfilter, Punktfilter X. Und hole mir das X quasi von hier unten. Ich brauche ein Objektfang mit F3. Nachdem ich das X eingegeben habe, brauche ich dann im Prinzip noch das Y und Z, das fragt ihr hier ab. Und Y und Z bleibt ja gleich, ich tue ja nur X ändern. Also klicke ich auf den Punkt, wo es vorher war. Und jetzt habe ich das entsprechend auch so gemacht. Aber Sie sehen vielleicht, wenn Sie es über das Raster machen, ist es nochmal einen Tick einfacher. Diese hier, also jetzt immer ohne Raster. Ich klicke hier drauf. Dann habe ich hier so einen Griff. Ja, an dem Pfeil. Jetzt hängt es hier dran. Jetzt will er wissen, wo soll das hin. Und dadurch, dass ich den Grundriss am Schnitt ausgerichtet habe, kann ich es einfach im Grundriss abklicken. Indem ich über den Punktfilter gehe, Steuerung, rechte Maustaste, Punktfilter, X. Und hole mir das X quasi von hier unten. Über ein Objektfang, von dieser Ecke. Das Y und Z bleibt einfach hier oben. Und damit habe ich genau diesen Punkt definiert. So, jetzt kann ich die selbe Technik mache ich jetzt hier noch im Schnitt Süd. Drehe jetzt einfach hier meinen Schnitt Süd nach oben. Und hier beim Schnitt Süd aufpassen. Ja, schauen Sie nochmal hierher, damit Sie sehen, wie man das schnell macht. Ja, also auch die Schatz schon gelöst haben. Schauen Sie nochmal zu, dass es vielleicht, lernen Sie auch noch was dazu, wie man die Sache schnell löst. Hier zum Beispiel bei dem Schnitt Süd fällt jetzt hier auf, dass hier, das habe ich mal so rüber kopiert, aber die haut nicht hin in die Wand. Ja, weil hier habe ich ja keine Tür. Hier war eine Tür, deswegen war das okay, aber hier habe ich keine Tür. Und hier mache ich jetzt meinen Raster an und meinen Rasterfang. Klicke jetzt hier oben auf die Pullenlinie, fasse den Punkt an, schiebe den hier runter, mache nochmal meinen Objektfang aus. Mache das nur über das Raster. Setze den jetzt hier ab. Diese Punkte entferne ich, einfach drauf zeigen, Scheitelpunkt entfernen, Scheitelpunkt entfernen, fasse den Punkt an und schiebe den hier runter. Und die Wand ist fertig. Jetzt könnte man hier noch den Schraffon hinzufügen und ansonsten Hammer und Hammer, glaube ich, alles. Das Fenster haben wir, das Fenster, die Tür bleibt gleich. Ja, Sie sehen, wenn Sie das geschickt machen, ist das relativ schnell erledigt, die Geschichte.